Hallo liebe Janna, mir ist es echt unangenehm, das zuzugeben, aber ich muss zugeben, dass mich der Gedanke erregt, von jemandem zum Sex und auch zu bestimmten sexuellen Aktivitäten gezwungen zu werden. Im echten Leben bin ich absolut für Gleichberechtigung und kann das absolut nicht einordnen. Kannst du mir vielleicht erklären, wo diese Fantasie herkommt und hast du vielleicht auch Tipps, wie ich besser damit umgehen kann und nicht mehr so ein schlechtes Gewissen habe? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Stuff. Ich bin Janna Baccio, Sexualpädagogin und Autorin und ich kläre seit über 13 Jahren über das Thema Sex auf. Und heute geht es um ein Thema, bei dem es leider noch ganz, ganz, ganz viel Charme gibt. Das habe ich ganz deutlich bei euren vielen Fragen gemerkt. Es geht nämlich um sexuelle Fantasien. Ja, ich habe gemerkt, dass die ganz vielen peinlich und unangenehm sind und das ist auch etwas, über das nicht so häufig gesprochen wird. Sexuelle Fantasien bleiben daher oft ein schmutziges Geheimnis, in Anführungsstrichen natürlich. Ich hoffe, dass das nach der Folge heute ein bisschen anders aussieht. Aber ihr werdet merken, ihr seid nicht komisch oder kaputt. Sexuelle Fantasien, auch die, die scheinbar komplett verrückt sind, sind vollkommen normal. Also das schon einmal als Message vorweg. Sonst geht es heute viel um die Fragen, wie entstehen Fantasien? Was sagen sie über uns aus? Und wie kann es sein, dass manchmal Fantasie und Sexualität in der echten Welt so weit auseinander liegen? Also, lasst uns direkt loslegen. Und ihr kennt das Spiel, starten wir also mit dem bekanntesten Sexmythos zu dem Thema. Unsere Fantasien sagen aus, was wir wirklich tief in unserem Herzen wollen. Und hier kann ich schon mal direkt ganz klar sagen, jein. Sorry, es ist tatsächlich nicht eindeutig. Ich werde heute noch häufiger aus der Studie von 2018, Tell Me What You Want, zitieren. Die ist nämlich von Justin Lehmiller, der ist amerikanischer Sozialpsychologe und Autor. Und er hat über 4.000 Personen zu ihren sexuellen Fantasien befragt und alle seine Ergebnisse in einem Buch festgehalten. Damit ist das wirklich die größte Studie zu sexuellen Fantasien, die je gemacht wurde. Er sagt, dass man zwischen sexuellen Fantasien und sexuellem Verlangen unterscheiden muss. Verlangen bedeutet, dass man das auch wirklich tun will. Und Fantasie ist in dem Falle nur in Anführungsstrichen in die Gedanken. Er sagt, dass tatsächlich 80 Prozent der Fantasien der Menschen in seiner Studie auch Wünsche waren. Zumindest ist es das, was die Leute angegeben haben. Spannend ist nur, dass es die allerwenigsten bisher getan hatten. Das war nicht einmal jede fünfte Person. Das heißt, sexuelle Fantasien bleiben sehr oft nur Fantasien. Der Grund ist oft, dass man Angst hat, man könne verurteilt werden oder auch, dass man gar nicht weiß, wie man das anstellen soll. Ich meine, wenn die Fantasie zum Beispiel ist, Sex mit vielen Menschen zu haben, dann ist das alleine schon organisatorisch schwierig. Als sexuelle Fantasie zählt erst einmal jeder Gedanke und jede Vorstellung, die wir im wachen Zustand haben und die uns erregt. Vielleicht gibt es auch direkt eine körperliche Reaktion, das heißt, der Penis wird steif oder ihr merkt ein Ziehen und ein Feuchtwerden in der Vagina. Und warum sage ich wacher Zustand? Weil sexuelle Fantasien anders sind als Sexträume, welche unbewusster stattfinden und weniger steuerbar sind. Wenn ihr wollt, dann kann ich auch darüber mal sprechen. Schreibt mir doch einfach mal, ob euch das Thema Sexträume auch interessieren würde. Aber auch wenn sexuelle Fantasien nur bedingt anzeigen, ob wir das Gedachte wirklich erleben wollen, sind sie wichtig und aussagekräftig. Ich bin ja nach dem Ansatz sexo-korporell ausgebildet worden. Und danach ist deine gelebte Sexualität eine logische Konsequenz von dem, was du bisher theoretisch und praktisch gelernt hast. Ich sage das nochmal, weil es vielleicht ein bisschen komplex ist. Deine gelebte Sexualität ist eine logische Konsequenz von dem, was du bisher theoretisch und praktisch gelernt hast. Ja, und auch deine sexuellen Fantasien. Also die werden nach sexo-korporell der Ebene des Erlebens zugeordnet. Also nicht die Ebene des Denkens oder die Ebene des Körpers, sondern die Ebene des Erlebens. Also die spiegeln unsere individuelle Entwicklungsgeschichte in Bezug auf Sex wider. Unsere Vorstellungen, Bilder, die wir im Kopf haben, Erinnerungen, aber auch unsere Erregungsmodi, also wie wir uns selber erregen, unsere Beziehungsfähigkeit, Träume und so weiter. Letztendlich könnte man auch sagen, dass sie sowas sind wie der imaginäre Raum zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mit sexuellen Fantasien oder generell mit Fantasien lassen sich Interaktionen durchspielen, einüben im Kopf oder einfach auch dem Alltag entfliehen. Fantasien helfen uns ja bei der Erregung. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und Erregung ist ja das, was auf körperlicher Seite passiert. Also der Penis wird steif oder die Vagina wird feucht. Ich spreche übrigens absichtlich niemals von einem sexuellen Trieb, weil diese Theorie von Freud als überholt gilt heutzutage. Also das ist kein Trieb, den wir da in uns haben. Ich betone das hier mal so am Rande mehr oder weniger, weil diese Theorie immer wieder aufkommt. Das heißt, Sexualität ist im Gegensatz zu Hunger kein Trieb, der gestillt werden muss. Auch wenn das einige immer noch sagen, ja, ich habe diesen Sextrieb in mir. Nee, das gibt es nicht. Niemand ist nämlich bislang an einem Mangel an Sex gestorben. Ja, schon aber an fehlender Bindung. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Widmen wir uns mal wieder lieber den Fantasien. Sexuelle Fantasien können sich somit ganz krass von den eigenen Werten unterscheiden. Die entstehen nämlich auf einer rationalen Vernunft-Ebene. Fantasien sind aber nicht rational. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Und das führt aber dann bei vielen Menschen zu einem moralischen Konflikt oder auch zu der Frage, bin ich normal? Und hier kann ich wirklich in den allermeisten Fällen sagen, ja, bist du. Bei den sexuellen Fantasien können wir dann auch nochmal unterscheiden zwischen gelegentlichen Fantasien, also zum Beispiel ein kurzer Gedanke, wenn wir gerade eine attraktive Person zum Beispiel sehen. Und es gibt die wiederkehrenden Fantasien. Es gibt ja auch Menschen, die ihr Leben lang immer zu einer und derselben Fantasie masturbieren. Das ist dann wie so ein roter Faden, der sich durchs Leben spinnt. Das ist sowieso ein super spannendes Thema, weil es sich da auch mal lohnt, genauer hinzugucken. Aha, welche Fantasie kommt da eigentlich immer wieder auf? Da werde ich später auch noch was zu sagen. Und viele Menschen haben auch verschiedene Hauptfantasien und daneben eben noch andere, die ab und zu einfach mal kommen oder auch nur einmalig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber wo kommen denn dann Fantasien eigentlich her oder wann entstehen sie eigentlich? Und Fantasien entstehen schon sehr früh in der Kindheit. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man jetzt kleine Kinder beim Spielen beobachtet. Die stellen sich dann oft vor, sie werden Prinzen oder Prinzessinnen, Katzen oder Hunde oder was ganz anderes. Und dass Kinder ihre Fantasie entfalten, das ist auch total wichtig für die Entwicklung und die Kreativität. Und die ersten sexuellen Fantasien, die kommen dann meistens so kurz vor der Pubertät auf zwischen dem achten und dem elften Lebensjahr. Bei manchen aber auch durchaus früher. Da mögen jetzt vielleicht schon die ersten zusammenzucken, weil sie denken, oh mein Gott, also Kinder, ach, das kannst du doch nicht sagen. Jana, sagst doch nicht. Ja, wir sehen das häufig immer aus unserer Erwachsenenperspektive. Mit der Brille eines Erwachsenen wollen viele gar nicht erst über die kindliche Sexualität nachdenken, aber durchaus erleben Kinder auch Sexualität, und da wird sie ja auch angelegt, nur mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Beziehungsweise Kinder denken ja nicht sexuell, also nicht so, wie wir Erwachsenen denken, sondern für sie ist das Genuss, ist das ein Wohlgefühl, ist das, wenn sie sich berühren, ah, dann fühlt sich das gut an, das ist was ganz anderes. Also wir dürfen das ja gar nicht mit der Erwachsenen-Sexualität vergleichen, das ist wirklich was ganz, ganz anderes, das will ich hier auch nochmal betonen. Ja, und wie entstehen jetzt Fantasien eigentlich? Also man weiß inzwischen, dass Fantasien in Zusammenhang mit tiefliegenden Bedürfnissen stehen können, aber nicht müssen. Die können Aufschluss darüber geben, wie jemand gelernt hat, zu begehren, sexuelle Erregung zu steigern und Verbindung herzustellen. Und wenn wir jetzt Fantasien auf den Grund gehen, dann können wir durchaus mehr darüber lernen, warum wir eigentlich so ticken und wie wir auch ticken. Das hilft uns auch total, weil dadurch können wir auch die real gelebte Sexualität verändern. Ihr merkt jetzt an der Stelle schon, es ist wirklich total komplex, das ganze Thema Fantasien. Ich verspreche euch, wir kommen noch zu den Fragen, aber ich sage euch jetzt mal kurz die häufigsten Sexfantasien von Menschen, okay? Ihr habt mir ja auch schon ganz, ganz viele eigene, verschiedene Fantasien geschickt und da war wirklich auch schon super viel dabei. Und in dem Buch, Tell me what you want, das, von dem ich eben schon gesprochen habe von Justin Liemiller, hat er mal so die sieben häufigsten Sexfantasien aufgelistet. Und eine der häufigsten Sexfantasien überhaupt ist, die Sex zu haben mit mehreren Personen. Dazu zählt dann der klassische Dreier, aber auch Sex in größeren Gruppen. Und in der Studie war das die beliebteste Fantasie für ein Drittel der Teilnehmenden. Direkt gefolgt von dem Wunsch nach Kontrolle, nach Dominanz und roughem Sex. Also entweder man möchte die Kontrolle abgeben oder sie ausüben. Das heißt, das, was man eigentlich eher aus dem BDSM-Bereich kennt. Das ist eine der bekanntesten Sexfantasien und dafür spricht natürlich auch der große Erfolg von Fifty Shades of Grey. Dazu gehört auch die Fantasie, entweder zum Sex oder zu gewissen sexuellen Aktivitäten gezwungen zu werden. Darüber werde ich gleich bei den Fragen auch nochmal ausführlicher sprechen. Das ist nämlich wirklich total spannend. Und die dritthäufigste Fantasie in der Studie war alles, was mit Abenteuer, Neuem, Fremden und Abwechslung zu tun hat. Hier ist die Fantasie an sich gar nicht so wichtig. Es geht vor allem darum, dass sie eben neu und aufregend ist. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass Fantasien sich oft im Laufe des Lebens verändern. Und hier kann es zum Beispiel sein, dass es daran liegt, dass sie irgendwann eben nicht mehr neu oder aufregend sind. Und dann werden sie eben durch andere ersetzt. Danach kommen dann die Fantasien, die etwas mit Tabubrüchen oder Verbotenem zu tun haben. Hier ist es ähnlich, dass es gar nicht so sehr um die Fantasie an sich geht, sondern um das, was sie bedeutet. Sie soll eben verboten sein. Was das heißt, das ist natürlich von Mensch zu Mensch super unterschiedlich. Und die häufigste verbotene Fantasie war Voyeurismus in der Studie. Das heißt also, andere Menschen heimlich dabei zu beobachten, wie sie zum Beispiel nackt sind, masturbieren oder Sex haben. Und was sowohl auf die Kategorie neu und aufregend, als auch auf Tabu zutrifft, ist Fremdgehen. Auch das ist eine sehr häufige Fantasie. Und darüber habe ich ja auch schon sehr lange in der Folge über das Fremdgehen gesprochen. Also auch das ist vollkommen normal und muss nicht heißen, dass wir wirklich Fremdgehen wollen. Ein anderes Tabu könnte auch der Fokus auf bestimmte Körperteile oder Kleidungsstücke sein. Das kann wirklich alles sein von Strumpfhosen, übergetragene Unterwäsche oder Socken und so weiter. Und die letzten häufigsten Fantasien waren noch Partnertausch und Zwingen, Verbundenheit, Liebe und Intimität, Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht und etwas, was Justin Liemiller Genderbending nennt. Damit meint er ein Ausbrechen aus dem binären Geschlechterbild von Mann und Frau. Fantasien können ja sein, selbst das Geschlecht zu wechseln, Erfahrungen mit Menschen zu haben, die Merkmale von beiden Geschlechtern haben und noch viel mehr. Also dazu gehört alles, was aus dieser Trennung von Mann und Frau ausbricht. Ihr merkt, sexuelle Fantasien sind auf der einen Seite total unterschiedlich, aber auch sehr ähnlich. In euren Fragen habe ich gemerkt, dass sich ganz viele oft alleine fühlen mit ihren Fantasien. Sie halten sie dann für schmutzig oder versaut. Und ich habe aber gemerkt, guck mal hier, die gleichen sich total. Und deswegen ist es mir auch so wichtig zu zeigen, wie normal die unterschiedlichsten sexuellen Fantasien sind. Und jetzt kommen wir endlich mal zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die erste Frage kommt von Christian. Hey, Jana. Tatsächlich hatte ich jahrelang Sexfantasien von einem Dreier mit meiner Freundin und einer weiteren Frau. Ich dachte immer, dass das mein größter sexueller Wunsch ist. Inzwischen reizt mich das irgendwie gar nicht mehr und meine Fantasien haben sich total verändert. Ich stelle mir jetzt seit ein paar Monaten immer wieder vor, wie meine Freundin Sex mit einer anderen Frau hat und beobachte sie in meiner Fantasie dabei. Ist das normal? Also, dass sich Fantasien so sehr verändern können im Laufe des Lebens? Und irgendwie frage ich mich auch, ob ich meine Fantasien steuern kann. Denn teilweise habe ich das Gefühl, dass mir meine Gedanken etwas entgleisen und ich gerne mehr Einfluss auf meine Fantasien hätte. Vielen Dank, Christian, für deine Frage. Ja, tatsächlich ist es total normal, dass sich Fantasien auch genau wie unsere Persönlichkeit verändern. Deswegen finde ich persönlich ist ja immer am schlimmsten, wenn mir Leute zum Geburtstag wünschen, ich solle bitte, bitte so bleiben, wie ich bin. Ich weiß natürlich, dass sie es nun gut meinen, aber ich denke mir dann immer so, oh nein, gewiss nicht oder ich hoffe nicht. Ich will mich nämlich verändern. Aber jetzt zu dir, Christian. Du möchtest ja jetzt vor allem auch die Fantasie verändern und ich möchte dich an der Stelle mal fragen, was stört dich denn eigentlich an dieser Fantasie, sodass du sie jetzt verändern möchtest. Also ich finde ja interessant, dass sich deine Fantasie dahingehend verändert hat, dass du vorher ein aktiver Teil davon warst und jetzt bist du Beobachter des Ganzen. Also was hat sich verändert jetzt im Laufe der Zeit? Das ist mal total spannend, da hinzugucken. Wie kommt das, dass du vorher aktiv mit beim Sex warst und jetzt eben das Ganze nur in Anführungsstrichen von außen beobachtest? Und ja, man kann Fantasien verändern, wenn man das möchte, insbesondere wenn man merkt, diese Fantasie, die passt irgendwie nicht mehr so zu mir und meiner sexuellen Identität. Also wenn du für dich merkst, du willst dich als Individuum verändern und wachsen, dann ist das jetzt der ideale Zeitpunkt, über dich hinaus zu wachsen. Es kann ja jetzt auch sein, dass hier einige zuhören denken, so ey, was ist denn schon dabei? Das muss man doch gar nicht verändern. Dann stimmt das auch für die Person. Aber gerade, weil du dich jetzt an mich wendest mit diesem Wunsch nach Veränderung, bin ich da total dankbar für, weil ja, manche Fantasien können wirklich ein Anzeiger dafür sein, dass etwas im Leben nicht stimmt. Ach, ich mache jetzt hier vor meinem Mikrofon die ganze Zeit so Anführungszeichen, die kannst du natürlich nicht sehen, aber stimmt natürlich in dem Sinn, dass es für dich nicht mehr passt. Und das sind dann solche Fragen super aufschlussgebend sowas wie, wer möchtest du denn eigentlich sexuell sein? Das darfst du dich jetzt einmal fragen. Und in der Zwischenzeit sage ich schon mal, wie man denn eigentlich Dinge verändern kann. Also einmal kann man das eben über den Kopf machen, beziehungsweise über die Psyche. Darüber kannst du Einfluss nehmen, dir dann Fragen stellen, deine Bedürfnisse auch aufschreiben, deine sexuellen Bedürfnisse und auch vielleicht aufschreiben, was du gerne verändern möchtest. Das wäre so vielleicht mehr der therapeutische oder der verhaltenstherapeutische Ansatz. Und du kannst es aber auch über den Körper machen. Und das ist mehr der Ansatz, nachdem ich ausgebildet wurde, dass du also über deinen Körper gehst. Nach Sex so korporell ist das auch total logisch, weil der Körper eben auch deinen Geist, also deine Psyche mit bewegt. Und du machst ja vor allem auch alles oder wir alle machen vor allem körperliche Erfahrungen in unserem Leben. Und dadurch bilden sich auch in unserem Hirn dann Lustverbindungen. Beispielsweise, darüber habe ich ja auch schon in der Folge über die Masturbation gesprochen, wenn du immer wieder auf die gleiche Art masturbierst, dann bildet sich da eine gewisse Lustverbindung. Und wenn du die immer und immer wieder gehst, dann wird die eben stärker und dann ist es auch immer schwieriger, da umzulernen. Und da wäre es dir zum Beispiel auch mal ganz wichtig, anders Sex zu machen. Ja, du magst dich jetzt erst mal so fragen, hä, aber wieso? Ich will doch nur meine Fantasie verändern. Ja gut, aber die Fantasie hast du ja zu einem gewissen Zweck. Du willst damit deine Erregung steigern. Das heißt, die Fantasie kommt dir wahrscheinlich auch in einem sexuellen Kontext, wenn du versuchst, deine Erregung zu steigern. Zum Beispiel oder bei den meisten beim Masturbieren. Und jetzt sage ich dir mal, masturbiere mal beim nächsten Mal anders. Vielleicht klingt das jetzt erst mal total paradox, weil du willst ja was anderes eigentlich verändern. Aber die Fantasien, die werden sich dadurch auch verändern. Indem du deinen Körper veränderst, verändern sich auch unsere Fantasien. Du kannst zum Beispiel mal mit der linken Hand masturbieren. Du kannst mal eher deine Hand penetrieren, als mit der Hand auf- und abzugleiten an deinem Penis. Und das gilt natürlich jetzt auch für Frauen, wenn die jetzt gerade zuhören und sagen, ah, das klingt total logisch. Ich will auch meine Fantasien verändern. Auch für die mal eine andere Art der Stimulation zu finden. Also beispielsweise auch nicht nur mit dem Vibrator zu masturbieren, sondern auch mal mit der Hand. Und dadurch verändern sich tatsächlich auch unsere Fantasien. Aber natürlich auch, indem wir unsere Psyche mitnehmen, also uns auch Fragen stellen. Sowas wie unsere Bedürfnisse. Was wollen wir denn eigentlich? Und so weiter. Und du wirst schon merken, alleine, indem du dir jetzt Gedanken über das ganze Thema machst, wird sich was verändern. Und nochmal zu dieser ganzen Körper-Psyche-Geschichte. Man kann eben grundsätzlich sagen, dass unser Körper einen Einfluss hat auf unsere sexuellen Fantasien. Wenn du deine sexuelle Erregung vor allem über eine hohe Muskelspannung hast und sich dein Körper dann auch eher versteifst, dann entstehen andere Fantasien, als wenn du dich zum Beispiel viel bewegst. Macht das Sinn? Also zum Beispiel bei hohem Muskeldruck entstehen auch eher härtere Fantasien. In einem unbewegten Körper entstehen eher Gedanken, ausgeliefert zu sein. Zum Beispiel, als wenn sich der Körper zum Beispiel aktiv bewegt. Ich finde das super spannend, dieses ganze Thema. Und könnt ihr jetzt noch Stunden darüber erzählen. Aber das nun mal für euch. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich auch merkt, ihr liegt bei der Masturbation oder auch beim Sex eher passiv da, steif vielleicht auch eher, bewegt euch eher weniger, ist euer Genuss, ist auch eine Fantasie eher beschränkt. Wenn du deinen Körper also während der sexuellen Erregung bewegst, dann kommen eher Vorstellungen oder Bilder davon, dass du etwas aktiv machst. Also insbesondere jetzt Menschen auch, die zuhören und die zum Beispiel eher nicht so eine ausgelieferte Situation in der Fantasie haben wollen. Aha, die bräuchten dann eigentlich bei der Masturbation, beim Sex auch eher die aktive Position. Wenn du still bist, dann ist es eher so, dass in der Fantasie etwas mit dir passiert. Okay, das passt ja jetzt auch zu dir, was du geschildert hast. Vorher warst du aktiv dabei. Inzwischen bist du der Zuschauer. Und du beobachtest etwas, was außerhalb deines Körpers passiert. Wenn du dich jetzt locker bewegst und dabei auch tief atmest, dann hast du auch angenehmere Gefühle dabei und auch liebevollere Fantasien. Denn dein Körper ist in einem Zustand, den er mit Sicherheit und auch schönen Beziehungen und Begegnungen verbindet. Und das wäre jetzt wirklich so der Nonplusultra-Tipp für dich, dich mehr beim Masturbieren zu bewegen, aktiver insgesamt zu sein, auch beim Sex aktiver zu sein. Und du wirst merken, deine Fantasien werden sich verändern und du wirst auch da wieder eine aktivere Rolle einnehmen. Und das Ganze könnte man jetzt sozusagen abschließen mit, ja, du kannst deine Fantasien verändern. Und wenn du dir insgesamt ein breiteres Menü sozusagen anreicherst an sexuellen Erregungsmöglichkeiten, dann bist du auch in deiner Fantasie nicht mehr so abhängig von bestimmten Bildern. Du musst also jetzt nur in Anführungsstrichen dein Menü ausweiten. Du kannst Neues ausprobieren, eben, was ich auch schon gesagt habe, mit der linken Hand masturbieren, mal anders masturbieren, als wie du es bisher kennst. Und du wirst merken, aha, auch deine Fantasien werden folgen und werden neu werden. Und ich wünsche dir super viel Spaß dabei. Das ist nämlich eine total spannende Reise, auf die du dich da begeben wirst. Und wir kommen mal weiter zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von Nina. Hallo, liebe Janna. Mir ist es echt unangenehm, das zuzugeben. Und ich habe das auch noch niemandem so offen erzählt. Aber ich muss zugeben, dass mich der Gedanke erregt, von jemandem zum Sex und auch zu bestimmten sexuellen Aktivitäten gezwungen zu werden. Ich kann dir gar nicht sagen, was es ist, aber das tönt mich total an. Oft suche ich mir auch extra erotische Geschichten, in denen es um diese Fantasie geht. Da muss ich auch zugeben, dass ich auf die krassesten und explizitesten Geschichten am meisten reagiere. Im echten Leben bin ich absolut für Gleichberechtigung und kann das absolut nicht einordnen. Ich fühle mich auch oft total schlecht deswegen, weil ich auch weiß, dass das im echten Leben ja total schlimm ist. Ich würde das in echt ja auch nie wollen. Kannst du mir vielleicht erklären, wo diese Fantasie herkommt? Und hast du vielleicht auch Tipps, wie ich besser damit umgehen kann und nicht mehr so ein schlechtes Gewissen habe? Vielen, vielen Dank für deine Frage. Ich glaube, dass du jetzt auch gerade ganz vielen Frauen aus der Seele sprichst, die ähnliche Fantasien haben und die die aber auch irgendwie mit Scham oder auch Schuld verbinden. Und das muss ja gar nicht sein. Ich kann wirklich an der Stelle nochmal betonen, also Fantasien sind nicht die Realität. Das ist etwas, was in deinem Kopf passiert und Fantasien sind auch nicht rational. Okay. In sexuellen Fantasien kommen relativ häufig Themen vor, von denen man sich im richtigen Leben distanziert und auch nicht identifiziert. Deswegen ist es auch total wichtig zu unterscheiden zwischen sexuellen Fantasien und deinen Bedürfnissen als Mensch in dieser Welt. Es gibt viele Menschen, die verspüren bei Dingen sexuelle Erregung, die sie wirklich verstören oder auch befremden oder die ihnen peinlich sind oder von denen sie sich eigentlich klar distanzieren. Das hast du ja auch nochmal so betont. Du stehst für Gleichberechtigung und dann kommen wir in so einen inneren Konflikt. Da geht es dir und auch mir geht es da auch so. Ich kenne auch solche Fantasien, wo ich denke, warte mal, ich bin doch jetzt eigentlich eine total aufgeklärte, emanzipierte Frau. Wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Aber sexuelle Erregung ist eben auch nicht rational und die folgt nicht irgendeinem Muster, was wir für moralisch konform halten, sondern die tritt vor allem dann auf, wenn wir etwas sehen, was uns stark emotional bewegt. Also zum Beispiel zum Sex gezwungen zu werden. Das ist natürlich von niemandem von uns ein expliziter Wunsch oder ein Bedürfnis. Davon distanzieren wir uns im realen Leben. Es sei denn natürlich, das Ganze passiert im Rahmen eines BDSM-Spiels und ist explizit so abgesprochen. Es gibt Konsens und ein Safe Word und so weiter. Aber in der Fantasie, da denken wir uns so, hey krass, das ist doch gar nichts, was ich in der Realität erleben möchte. Und trotzdem kann diese Fantasie dann Erregung auslösen, weil es zum Beispiel auch Bestätigung bedeutet. Ach, da ist eine Person, die findet mich so begehrenswert, dass sie nicht an sich halten kann und mich mit ihrer Lust überwältigt. Das finden viele so geil. Unsere Fantasie spielt dann auch mit Tabus, mit Verbotenem. Und unserem Gehirn ist es ja wirklich komplett egal, ob das gesellschaftlich akzeptiert ist. Da geht es um Abgeben auch von Kontrolle. Und das sind dann vor allem auch Menschen, die vielleicht in ihrem Alltag viel auch die Kontrolle halten müssen, viel auch die Verantwortung tragen müssen. Und dann ist diese Fantasie auch total reizvoll. Aha, da ist jemand, der nimmt mir diese Entscheidung und auch die Kontrolle ab. Das wird von einer anderen Person übernommen und ich konnte mich ja gar nicht wehren. Und das tut dann auch mal total gut. Wie gesagt, in der Fantasie. Und vor allem auch, wenn wir viel mit Scham und Schuld aufgewachsen sind, dann sind das auch Fantasien, die umso mehr einen Reiz auf uns ausüben. Da so etwas Verbotenes zu tun oder dass da so etwas Verbotenes mit uns getan wird. In einer Fantasie, in der eine andere Person einfach mit uns macht, was sie will, das ist natürlich in der Fantasie super reizvoll. Ich muss mich nicht entscheiden und ich kann beziehungsweise ich brauche gar nichts zu tun. Und ich hatte es gerade auch schon gesagt, also nicht selten ist diese Sehnsucht nach Macht oder auch nach Unterwerfung. Etwas, was wir auch aus unserem Alltag kennen. Vielleicht musst du ja auch in deinem Leben schwere Entscheidungen treffen. Du trägst vielleicht ständig große Verantwortung und bist am Ende die, die Entscheidungen trifft. Ja, dann ist es kein Wunder, dass du dich auch mal danach sehnst, die Kontrolle endlich abgeben zu können und das anderen zu überlassen. Andersrum funktioniert das Prinzip natürlich genauso. Vielleicht bist du auch die oder derjenige im Alltag, der sich immer anpasst, über den andere bestimmen. Und in deinen erotischen Fantasien willst du aber auch jetzt mal jemand sein, der oder die andere dominiert. Und es kann ja tatsächlich auch sein, dass du da jetzt auch deinen Reiz dran findest und diese Fantasie tatsächlich umsetzen möchtest in der Realität. Also vielleicht auch jemanden zu dominieren. Und da ist natürlich dann immer die Frage, hast du da auch jemanden, mit dem du so ein Spiel ausleben darfst? Dann geht es natürlich auch wieder um Konsens, darüber auch zu kommunizieren. Und dann kannst du so eine Fantasie auch ausleben. Übrigens in der Studie von Justin Liemiller, da ist diese Fantasie von erzwungenem Sex eine der häufigsten Fantasien überhaupt. Und wesentlich mehr Frauen haben diese Fantasie als Männer. Ich lehne ehrlich gesagt dieses Wort Vergewaltigungsfantasie auch ab, genauso wie Justin Liemiller auch. Und er begründet es damit, dass es in der Wirklichkeit ja gar nicht darum geht, eine echte Vergewaltigung zu erleben. Das heißt, wenn Frauen sich vorstellen, zum Sex gezwungen zu werden, dann sind sie ja trotzdem noch selbst die Regisseurinnen ihrer Fantasie. Also sie sind ja eigentlich noch in der Machtposition. In Wirklichkeit tut natürlich in meiner Fantasie die andere Person genau das, was ich will. Also ich habe die Macht. Und deswegen ist so dieses Vergewaltigungsfantasien gar nicht so der richtige Ausdruck dafür. Ich kann zwar einerseits diese schlechte Gewissen, was du da auch hast mit dieser Fantasie, total nachvollziehen und kenne das auch selbst. Andererseits muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, ah geil, in meiner Fantasie habe ich trotzdem noch die Macht. Und da können alle Gedanken kommen und kommen sie mir noch so abstrus vor. Ich habe die Macht darüber. Und es heißt eben zu keiner Zeit, dass ich diese Fantasie auch in der Realität erleben möchte. Also Nina, ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen besser aufzeigen konnte, woher diese Fantasien womöglich kommen. Ehrlich gesagt kann man nie ganz genau sagen, aha, du hast also das und das in deiner Vergangenheit erlebt und daraus resultieren jetzt heutzutage diese Fantasien. Das geht nicht. Man kann aber schon so ein paar Aufschlüsse irgendwie finden, welche Themen vielleicht immer wieder kommen. Das knüpft dann auch so ein bisschen an den roten Faden, von dem ich eben schon mal gesprochen habe. Also wenn das so eine wiederkehrende Fantasie von dir ist, dann lohnt sich da auch mal einfach genauer hinzugucken. Nochmal gesagt, Fantasien können immer auch ein super Anzeiger für ein bestimmtes Thema auch im Leben sein. Aber es heißt natürlich keineswegs, dass du diese Fantasie in deiner Realität erleben möchtest. Und das darfst du dir einfach ruhig nochmal immer wieder klar machen und auch hier mit dem Wissen rausgehen. Es gibt ganz, ganz vielen ganz genauso. Und vielleicht lernst du besser mit dieser Fantasie umzugehen, lernst sie auch für dich zu nutzen und womöglich verändert sie sich auch oder ziemlich wahrscheinlich wird sie sich verändern. Und ich wünsche dir, dass du diese Fantasie viel besser für dich nutzen kannst, weil letztendlich führt sie ja wahrscheinlich auch für dich zuverlässig zur Erregung und ohne aber dieses Gefühl von Scham und Schuld, sondern dass du da eher mit diesem Aspekt von Neugier und Lust rangehen kannst. Ganz kurz noch, Leute, falls ihr aber jetzt hier bei dieser Frage für euch schon gemerkt habt, ich will aber schon das erleben, also vielleicht auch genau andersrum, dass ihr diese Macht auf eine andere Person ausüben wollt, dann hier bitte, bitte, bitte nochmal den Hinweis an euch alle. Nur Sex im Einvernehmen. Also das ist natürlich sowieso völlig klar, dass bitte alles, was im sexuellen Kontext stattfindet, nur im Konsens passiert. Okay, also es wird niemand, kein Mensch zum Sex gezwungen, auch kein Tier, kein Kind zum Sex gezwungen. Das sollte bitte uns allen klar sein. Leute, und es gibt Wege, wie man mit solchen Fantasien lernt umzugehen, ohne anderen Menschen zu schaden und auch ohne sich selbst dafür zu hassen. Also vor allem auch wenn es um das Thema Pädophilie geht, dann gibt es da super viele spezialisierte Hilfsangebote auch. Und da kann ich jetzt nur mal das Präventionsnetzwerk kein Täter werden nennen. Es gibt aber auch viel mehr darüber hinaus. Also lasst euch da unbedingt helfen. Ihr seid nicht alleine und ihr solltet euch aber tatsächlich auch in professionelle Hilfe geben. Wir kommen zur nächsten Frage und die Frage kommt von Jan. Hi, Jana. Ich habe eine eher ungewöhnliche Fantasie, denke ich. Und zwar habe ich schon länger Lust darauf, dass meine Freundin mich beim Sex anpinkelt. Ich weiß aber, dass das für die meisten wahrscheinlich komisch ist und ich habe auch keine Ahnung, wie meine Freundin reagieren würde, wenn ich ihr das sagen würde. Ich habe Angst, dass sie total angeekelt und verstört wäre. Wer weiß, vielleicht wäre das auch in echt gar nicht so gut wie in meiner Vorstellung. Ich habe es ja noch gar nie ausprobiert. Aber der Gedanke lässt mich einfach nicht los. Was meinst du? Soll ich meine Fantasie trotzdem vorschlagen, auch wenn es das Risiko gibt, dass sie ganz schlecht darauf reagiert? Ja, danke, Jan, für deine Frage, aber vor allem auch für deine Offenheit. Das, was du hier schilderst, das hat auch einen Namen. Das ist nämlich die Urophilie, wird auch Undinismus genannt, ein bisschen sperriges Wort. Und das ist eine sexuelle Vorliebe für Urin. Dabei wird vor allem der Prozess des Urinierens oder der Urin selbst als erotisch und sexuell stimulierend erlebt. Es gibt auch noch sowas wie die Urophagie. Das ist dann der Lustgewinn durch orale Aufnahme von Urin. Und das kann tatsächlich auch damit verbunden sein. Und du hast es ja selber auch gesagt, es ist dir unangenehm. Also viele Menschen schämen sich dann für ihre in Anführungsstrichen komischen oder auch extremen, eventuell perversen Fantasien. Erstmal muss man aber festhalten, Scham ist ja eigentlich etwas Gutes, denn sie hält uns davon ab, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten, weil zum Beispiel jemand dabei zu Schaden kommen könnte. Und auch dieses, naja, dass wir Ausscheidungen aufnehmen, ist ja auch für viele mit Ekel verbunden, weil es eben auch durchaus, also jetzt haben wir gerade von Urin gesprochen, aber es gibt ja auch viele, die wirklich darauf stehen, mit Exkrementen eingerieben zu werden oder dir auch oral aufzunehmen und so weiter. Und da kann es dann tatsächlich auch gesundheitlich problematisch werden. Ich meine letztendlich die Entscheidung, ob du das deiner Partnerin jetzt erzählen möchtest, die liegt bei dir. Du kannst und solltest für dich behalten, was du für dich behalten möchtest. Viele machen das ja auch, die wollen ihre Fantasien nicht unbedingt teilen. Und beispielsweise bei mir gibt es auch Fantasien, da weiß ich, die gehören mir ganz alleine, die möchte ich nicht unbedingt teilen. Andere Fantasien wiederum, die habe ich und die weiß ich, dass die nicht nur mir zum Lustgewinn helfen, sondern mir auch in einer Partnerschaft oder auch beim Sex mit anderen Personen durchaus auch zum Lustgewinn helfen können. Und die möchte ich unbedingt teilen. Also es kann auch total erotisch sein, bestimmte Fantasien zu erzählen. Man kann sich ja auch gemeinsam als Paar bestimmte sexuelle Fantasien ausmalen. Und das kann auch eine gemeinsame Sexualität echt bereichern. Also es kann auch sein, dass du eine bestimmte Fantasie mit jemand ausleben möchtest. Das kann auch super spannend und schön sein. Eine Fantasie auszuleben kann aber auch, ehrlich gesagt, total enttäuschend sein. Das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, dass ich meine Fantasie umgesetzt habe und dann irgendwie dachte, so geil war es ja jetzt gar nicht. Könnte dir natürlich auch passieren, dass wenn du die jetzt tatsächlich mit deiner Freundin auslebst und sie uriniert auf dir, dass du merkst, ach, so geil war es ja gar nicht. In der Fantasie war es irgendwie geiler. Vielleicht hast du dann auch die Fantasie überwunden. Das heißt, in Wirklichkeit kann dann oft eine Fantasie gar nicht standhalten. Bei dir klingt es ja jetzt auch so, dass du es wirklich super gerne ausleben möchtest mit deiner Freundin und dass du mich jetzt so ein bisschen gefragt hast, wie du das eigentlich ansprechen kannst. Und ich bin ja großer Verfechter davon, wirklich auch so Gespräche über Sex zu führen, auch Gespräche über die eigenen Bedürfnisse, wo ich dann eben sagen kann, du übrigens letztens, keine Ahnung, ich habe die Podcast-Folge von Jana gehört und da kam immer wieder diese eine Fantasie, die ich schon seit längerer Zeit habe. Also es fällt mir total schwer, darüber zu sprechen, aber es geht ums Anpinkeln oder ums Urinieren. Du musst es natürlich in deinen Wörtern sagen. Und ich träume total davon, dass wir das mal zusammen machen. Könntest du dir das vorstellen? Das wäre jetzt mal so eine Formulierung, ein paar Worte, die ich dir jetzt gerade in den Mund gelegt habe, die du ausprobieren könntest. Dann steht es ja eigentlich so 50-50. Vielleicht gibt es doch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also deine Freunde könnte halt entweder sagen, okay, cool, können wir mal zusammen ausprobieren. Ich weiß ja auch nicht, wie es ist. Und vor allem vielleicht, weil sie auch mal deine Lust dabei erleben möchte. Und dann könnt ihr das zusammen erleben. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie sagt, boah, sorry, ist gar nichts für mich. Und da habe ich gar keinen Bock da drauf. Dann liegt es natürlich jetzt auch wieder an dir, was du mit dieser Information machst. Aber ich finde es immer super wertvoll, sich auch Dinge, die man tatsächlich in der Realität erleben will, auch zu sagen und Bedürfnisse mitzuteilen. Sonst ist es häufig so, dann werden die so unter den Teppich gekehrt. Da wird nicht darüber gesprochen. Und das kann sich dann mit der Zeit nur aufbauschen und zu einem größeren Problem werden. Also Fantasien, die nur Fantasien bleiben, die können auch da gerne bleiben und die können auch Geheimnisse bleiben. Die müssen nicht geteilt werden. Aber Fantasien, die auch in die Realität umgesetzt werden wollen, die dürfen, sollten sogar durchaus auch in einer Partnerschaft geteilt werden. Und dann kann man ja immer noch weiter gucken. Auf jeden Fall ist damit schon mal der erste Startschuss gelegt für Wachstum. Nehmen wir jetzt mal an, deine Freundin möchte mit diesem Kink nichts zu tun haben. Dann hast du auch noch andere Möglichkeiten, eventuell auch diese Fantasie etwas zu verändern. Wenn du jetzt merkst, ah, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du das jetzt mit ihr ausleben kannst. Es würde dann in dem Falle ähnlich wie bei Christian aus der ersten Frage auch darum gehen, eine andere Art der Erregung zu lernen. Okay, also indem du dich auf lockere, bewegte Weise sexuell erregst, dass du vielleicht auch da merkst, ah, interessant, die Fantasien verändern sich. Vielleicht jetzt nochmal abschließend für dich. Also, ich finde es super, dass du die Fantasie ansprechen möchtest. Es birgt natürlich das Risiko, dass deine Freundin die Fantasie nicht genauso anziehend findet wie du. Insbesondere eben bei einem Thema, was Ausscheidung angeht, ist es eben häufig so, dass das mit Tabus, mit Scham verbunden ist, wie ich eingangs schon sagte, und dass deine Freundin vielleicht davon nicht so begeistert ist. Aber trotzdem finde ich es eben, super mutig, dass du es ansprechen möchtest. Deswegen kann ich dich da auf jeden Fall nur bestärken. Ich bin super gespannt, wie die Geschichte für euch weitergeht. Schreib mir gerne auch mal auf Instagram. Und ansonsten kann ich euch allen ja nur sagen, dass eben auch solche Fantasien, und mögen sie jetzt vielleicht für die einen oder anderen von euch noch so absurd vorkommen, dass die auch total normal sind. Also nochmal, das Fazit, sexuelle Fantasien sind nicht die Wirklichkeit. Okay, und doch wird all das, was wir Körper machen und erleben, aber in Bilder übersetzt, die während der sexuellen Erregung entstehen. Ich hoffe, das ist auch nochmal so klar geworden. Also, dass die eben nicht rational sind, sondern eigentlich, dass all das, was wir mal gelernt haben, und das wird eben schon seit der Kindheit in uns angelegt, dass das unsere sexuelle Identität auch ausmacht. Und das macht natürlich Fantasien dann auch so spannend. Und es lohnt sich, da genauer hinzugucken. Wir können sie beeinflussen. Ja, vorausgesetzt, wir wollen das. Und ein ganz interessantes Thema, und schreibt mir mal bitte, wenn ich da mehr drüber machen soll, ist das ganze Thema erotisches Kernthema, was ich hier immer mal wieder so angesprochen habe. Das meine ich mit dem roten Faden. Es wird auch Erotic Core Theme genannt. Und dieses ganze Konzept kommt von Jack Morin. Der hat auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, Erotische Intelligenz. Das würde aber jetzt wirklich hier den Rahmen der Folge sprengen. Aber wenn euch dieses ganze Thema mehr interessiert, so dieser rote Faden, der sich eigentlich so durch unser Leben spinnt, wo vielleicht immer wieder auch diese Fantasien herkommen, zu bestimmten Themen, ja, dann mache ich da gerne mehr dazu, weil ich finde, das ist eigentlich mit so eins der Haupt, also da kann man so viel draus ziehen, man kann so viel erklären. Also ihr merkt, das ganze Thema sexuelle Fantasien, erotische Intelligenz und so sind stark miteinander verknüpft, sind super komplex und sind natürlich total spannend, da mal genauer hinzugucken. Leute, ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr den Podcast bewertet und natürlich auch die Glocke drückt bei Spotify oder auch dem Podcast folgt bei Apple, je nachdem, wo ihr den Podcast gerade hört. Und schreibt mir unbedingt mehr von euren Fragen zu allen möglichen Themen. Keine Scheu da. Wir können, wenn ihr Sprachnachrichten geschickt, auch immer die Sprachnachrichten nachsprechen lassen. Ansonsten, ja, ich freue mich wirklich über alles, was reinkommt. Ich lese wirklich jede einzelne Nachricht, höre mir jede einzelne Nachricht von euch an und bin ganz gespannt, was wieder als nächste Themen reinkommen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne sexuelle Fantasienzeit und freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss, eure Janna.